Du hast es bis zum Herd geschafft, Hörbeb. Manche Ehefrauen weinen. Ich putze. Hey, ich hatte nachgedacht. Du hast bald alle Zeit der Welt, um diesen Herd zu putzen, wenn ich weg bin. Mir läuft quasi die Zeit davon. Klar, und ich wette, dass ich weiß, was du noch machen willst. Naja, ich hab zwei Stunden. Ich werd schnell machen. Nein, keine Chance. Entzug ist die einzige Garantie, dass du zu mir zurückkommen wirst. Bitte. Okay, weißt du was? Der Krieg wird sehr schnell zu Ende sein. Es dauert vielleicht eine Woche. Versprochen. Los, weck die Kinder auf. Verbring die Zeit mit ihnen. Ich hab mich für dieses Leben entschieden. Sie nicht. Die Zeit mit ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020